Oh nein, da steht ja mein eigenes Auto noch. Fahr mal hinten raus. Wieso bist du ausgestiegen? Ich wollte nicht fahren. Du bist tot. Scheiße. Ich bin noch auf dem Park aus. Ja, steck dir. Oh, da bist du. Ich glaube, das muss heute ein Gepeil werden. Das war ja auch recht unglaublich gerade. Kannst du auch was sagen, bevor du aussteigst? Ja, ich wollte gerade umdrehen und auf der anderen Seite runter. Und du steigst einfach aus und ich setze das Auto mit dir gegen die Wand.